Hallo und herzlich willkommen zur ersten Filmstarts Streitfrage. Heute geht es um den Film Prometheus. Ich werde die positive Meinung in diesem Streitgespräch vertreten. Ich mag Prometheus, weil es für mich ein revolutionärer Science-Fiction-Film ist, mit einer eigenen Mythologie, der nur zufälligerweise auch als Prequel für Alien funktioniert. Ich kann mit Prometheus leider überhaupt nichts anfangen, weil der Film a für mich kein wirkliches Prequel zu den Alien-Filmen ist und b der Film als Science-Fiction-Film jetzt auch keine große Neuerung fürs Genre ist. Hier sind wir also und es kommt zur ersten Runde. Dann leg mal los, mein lieber Freund. Na fangen wir bei Prometheus einfach mal damit an, dass es uns ja irgendwann mal früher vorgestellt wurde als das Prequel zur Alien-Saga. Ja. Was es für mich einfach nicht ist, weil ja, wir erfahren so ein bisschen, wir sehen so ein bisschen so die Sets, die wir auch in dem ersten Alien gesehen haben, aber da die Leute in Prometheus ja noch nicht mal auf dem gleichen Mond landen, auf dem ja dann Jahre später eine gewisse Alan Ripley mit ihrer Nostromo landet, ist das für mich schon mal ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist schon mal, das ist ja eher das Prequel zum Prequel. Also zunächst möchte ich sagen, dass es für mich absolut als Prequel funktioniert. Erstens, weil bereits zum Anfang an gesagt wurde, der Film wird eine ganz eigene Mythologie haben und hat einfach nur ein bisschen Alien-DNA mit drin. Zweitens ist es der allererste Film, das heißt, wir kriegen noch Fortsetzungen. Und wenn wir jetzt absolut ehrlich sind und unsere ganze Nostalgie mal kurz ausschalten, dann schauen wir uns mal den allerersten Alien-Film an. Der allererste Alien-Film hat mindestens genauso viele unbeantwortete Fragen wie Prometheus. Das Argument zu sagen, dass der erste Alien uns auch nichts Spannendes erzählt hat in der Hinsicht, finde ich, zieht halt einfach nicht, weil dafür war halt der erste Alien. Wenn du jetzt mir sagst, Prometheus soll eine eigene Mythologie entwickeln, die ein bisschen Alien-DNA in sich hat, dann frage ich mich, wo war denn diese Alien-DNA? Wir sehen zwar diese komischen Albino-Halbgötter, die uns irgendwie da präsentiert werden. Wir haben, gut, das gebe ich zu, dieses hufeisenförmige UFO und auch diese Kommandostation, die wir auch in dem ersten Alien sehen. Das ist auch mit drin. Wir haben ein Alien am Ende des Films, das nicht mal ansatzweise aussieht wie so das Alien, was wir eigentlich so kennen und auch selbst so diese Facehugger und so, dass die alle so komplett fremd sind von dem, was wir eigentlich kennen. Da war halt nicht wirklich Alien mit dabei. Also erstens, ich finde, es macht komplett Sinn, dass dieser, ich nenne ihn mal Alien-Prototyp zum Ende des Films, anders ausschaut als die Aliens, die wir gewöhnt sind in den späteren Filmen. Das liegt nun mal daran, dass er keinen menschlichen Wirt hat. Das Interessante für mich ist, das ist auch etwas, was, finde ich, Damon Lindelof, der übrigens auch Lost-Producer war, richtig cool erklärt hat. Was lernen wir über die Aliens in diesem Film? Und zwar die Tatsache, dass die Aliens menschliche DNA haben und dass die Aliens ein bisschen durch uns entstanden sind. Ja, aber das finde ich, das sehe ich ein, aber wo ich mir auch denke, der Film braucht halt auch Ewigkeiten, um uns das irgendwie in der Art und Weise zu erklären. Weil für mich ist so ein Prequel halt wirklich, wenn, deswegen meinte ich ja, dieser Film ist für mich halt das Prequel zum Prequel. Also ich glaube, dass in dem zweiten Teil zu Prometheus, der wahrscheinlich eher dann wirklich das Prequel ist, was die meisten von uns haben wollten, dass wir halt wirklich irgendwie mehr erfahren, außer dass es irgendwelche komischen außerirdischen Ingenieure sind, die irgendwie das Leben in die Welt setzen, um es durch biologische Waffen wieder zu zerstören. Also wenn man jetzt einfach nur sagen würde, ich will unbedingt einen Alien-Prequel sehen, dann gebe ich dir recht. Als reines Prequel ist es jetzt nicht das Besonderste. Aber für mich ist das einfach mit der eigenen Mythologie, finde ich das einfach wahnsinnig interessant. Ich mag Filme, die mehr Fragen stellen, als sie beantworten. Also wenn ich es halt rein aus dem Prequel-Standpunkt betrachte, war es für mich kein wirklicher Appetizer, weil du halt auch nur so kleine Versatzstücke siehst und da denke ich mir halt, ja okay, diese kleinen Versatzstücke habe ich schon in dem ersten Alien gesehen, ohne dass sie mir erklärt wurden. Das war halt einfach irgendwie so, okay, wir packen halt bestimmte Versatzstücke rein, damit der geneigte Alien-Fan halt HR-Giggers, Designs und sowas alles irgendwie wiederentdeckt. Aber irgendwo fehlte mir so ein bisschen so dieser weitere Sprung zu sagen, okay, das ist halt wirklich gutes Prequel. Über die Prequel oder Eigenständigkeit des Films haben wir jetzt diskutiert. Runde 2 geht einzig und allein um den Film, den Inhalt, die Charaktere. Also wenn wir jetzt Prometheus rein als Film betrachten, ohne jetzt zu überlegen, ist es jetzt ein Prequel oder nicht, finde ich es Prometheus für mich so ein klassisches Beispiel für Style over Substance. Ich finde, der Film sieht atemberaubend gut aus. Gerade die erste Hälfte bildlich wunderschön, aber wo ich mir am Ende dann denke, es sieht alles perfekt und glänzend und gut aus, aber die Geschichte, die mir dann erzählt wird, ist halt, finde ich, noch schlimmer an den Haaren herbeigezogen, als was man sonst irgendwie so Sci-Fi-mäßig liefert bekommt. Für mich ist es halt so eine klassische mythologische Geschichte, die mich sehr an Pandoras Box erinnert. Und fast alle Geschichten, die um Sci-Fi-Expeditionen gehen, drehen sich meistens um die menschliche Neugier, die dazu führt, dass man sich so ein bisschen selbst verdammt. Klar, gut, das sage ich auch gar nicht. Ich meine, klar, man könnte jetzt auch meckern, dass sie irgendwie diese Zeichen da sehen und darauf ziehen. Das finde ich ja vollkommen okay, aber wie sich die Geschichte dann im ganzen Verlauf irgendwie aufbaut ist. Und da, finde ich, liegt halt der Fehler vielleicht auch weniger an der Geschichte, als für mich irgendwie viel mehr an den ganzen Charakterzeichen. Ich war ein großer Fan von Shaw. Ich mochte Numi Rapace im Film wirklich sehr gerne. Ich fand sie war interessant, sie war emotional, wenn sie sein musste, sie war stark, wenn sie sein musste. Und sie war unser neugieriger Protagonist, der auch gleichzeitig misstrauisch gegenüber der Expeditionsleiterin ist. Das heißt, sie war auch nicht komplett bekloppt. Numi Rapace fand ich jetzt auch nicht so gut, aber vielleicht ist das halt auch einfach irgendwie so, weil natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen darauf, dass es ja irgendwie so ein Alien-Prequel sein sollte. Hier geht es um eigenständig zu. Ja, nein, um Gottes Willen, aber ich meine nur, wenn es halt alles zusammengehört, ist sie natürlich jetzt kein so grandioser Sigourney-Weaver-Ersatz, wie man ihn vielleicht gerne gehabt hätte. Und ehrlich gesagt, Ripley ist für mich, ähnlich wie Darth Vader, für mich nur ein derartig großartiger Charakter wegen der Fortsetzung. Wenn man sich Ripley im allerersten Film anschaut, ist sie nicht besonders. Das Besondere an Ripley ist, sie überlebt. Das ist das Tolle. Sie schafft es, nicht zu sterben. Aber im zweiten Film, wenn sie dann damit konfrontiert ist, dass sie so 60 Jahre oder so im Eisschlaf war und dass sie traumatisiert ist und dann als Guide mit den Soldiers zurückgeschickt wird, dann wird sie interessant. Und dann hat sie auch diese Muttergefühle für Newt. Das ist Ripley, die wir lieben. Und für mich, Shaw im ersten Teil ist interessanter als Ripley im ersten Teil. Weil erstens, sie hat halt diese interessante Gratwanderung aus fast religiöser Überzeugung, die sie halt irgendwo noch hat. Auf der anderen Seite probiert sie alles zu widerlegen. Punkt eins, was ich nie verstanden habe, was mir auch nie jemand erklären kann. Vielleicht könnt ihr, vielleicht kannst du. Wozu brauchen wir einen Guy Pearce in der Maske eines alten Mannes, damit er da irgendwie durch diesen Film läuft? Warum nimmt man nicht einfach einen normalen alten Mann, nur damit man halt jetzt irgendwie Guy Pearce da drin hat? Ich habe diese Frage gestellt, okay? Ich war echt so. Ich war 2012, ich meinte, ja, ich fand den Film gut, aber was ist diese Guy Pearce-Geschichte? Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht. Er soll einfach derartig unecht ausschauen, weil er schon so lange den Tod ausgetrickst hat. Aber selbst dann kann ich mir doch halt einfach einen normalen alten Mann nehmen. Kann man machen, aber... Kann ich auch unnatürlich zusätzlich noch alt machen. Kann man machen, aber ich fand, das hat halt ihm schon fast zu einem Science-Fiction-Charakter gemacht, die Tatsache, dass er einfach noch lebt. Ich fand ihn halt in keinster Weise irgendwie glaubwürdig, weil ich halt irgendwie auch immer nur den Guy Pearce gesehen habe, der mir jetzt hier einen alten Mann vorgaut hat. Aber das verstehe ich. Also das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, da verstehe ich ihn und das ist Geschmackssache. Ich finde halt, wie gesagt, ja, der Film hat Fehler. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, der Film ist fehlerfrei. Also, tut mir leid. Ich mag den Film sehr gerne, aber er ist definitiv nicht fehlerfrei. Aber für mich sind die positiven Aspekte, die Sachen, die gut sind, sind für mich so gut, dass der Film halt im Gesamten mir echt am Herzen liegt. Die Sachen, die schlecht sind, die bemerkt man. Die sind auch da. Aber im Gesamten ist es für mich ein Film, wo das Positive eindeutig überwiegt. Und, ja, ehrlich gesagt, ich kann es kaum erwarten, eine Fortsetzung zu nehmen. Ich finde es schon fast schade, dass die Fortsetzung jetzt Alien Covenant heißt und so richtig auf diese Xenomorphs wieder fokussiert, zu seinen Schein zumindest. Weil ich war richtig interessiert, jetzt herauszufinden, was ist mit diesen Engineers. Das Einzige, was der Film tatsächlich geschafft hat, ist halt die Tatsache, dass ich mich auch irgendwie ein bisschen auf eine Fortsetzung freue, weil ich mir denke, okay, gut, was sie mir im ersten Teil nicht erzählt haben, das werden sie mir vielleicht im zweiten Teil erzählen. Und ich meine, der erste Teil endet ja damit, dass sie sagt, okay, sie fliegt halt dorthin, wo die Engineers kommen, um zu wissen, wer sie sind. Und das ist dann letztendlich auch die interessantere Frage, die dieser Film dann tatsächlich irgendwo aufwirft, okay, was erwartet uns in der Fortsetzung, was lernen wir jetzt vielleicht wirklich endlich mal über unseren Ursprung oder was weiß ich nicht. Ups, sorry. So, das war unsere Meinung zu einem der umstrittensten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Ich mag ihn immer noch, er mag ihn immer noch nicht. Was ist eure Meinung? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und wie fandet ihr dieses Streitgespräch? Wie fandet ihr die Argumente? Lasst es uns wissen.